Vielleicht hast du bei den sieben Tagen schon mitgemacht, vielleicht hast du bei einer anderen Challenge schon mal von mir mitgemacht, aber jetzt geht es um die 30-Tage-Challenge. Wenn du eine ganz genaue Antwort hast und weißt, warum du tust, was du tust, warum du sagst, du möchtest neue Gewohnheiten in deinem Leben etablieren und etwas Gutes für dich tun, um zu mehr Energie zu kommen und deinen Stoffwechsel anzukurbeln und einfach auch deinen Tag besser zu nützen. Bei unserer 30-Tage-Challenge geht es nicht um Optik in erster Linie, ganz im Gegenteil, es geht um Gesundheit, es geht um Energie und daraufhin kann sich natürlich auch dein Äußeres verändern. Aber wenn du weißt, warum du tust, was du tust, dann bekommst du es hin. Aber wenn du weißt, warum du tust, dann bekommst du es hin.